Ein Bild mit Symbolkraft, denn während sich der neue Barleber Gemeinderat zum Gruppenfoto aufstellt, sprudeln die Wasserspiele im Innenhof der Mittellandhalle noch munter vor sich hin. Das könnte sich bald ändern, denn die aktuelle Finanzsituation setzt an möglichst vielen Stellen den Rotstift an. Doch der Reihe nach. Als erstes wurde durch das älteste Ratsmitglied, das ist mit über 75 Jahren Klaus Fischer, der Gemeinderat auf die Verfassung eingeschworen. Ich gelobe Treue der Verfassung. Ich geschichte die Treue der Verfassung. Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Pflichterfüllung. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren. Die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren. Und ihr Wohl. Und ihr Wohl. Dass ihr Einwohner nach Kräften zu fördern. Und dass ihr Einwohner nach Kräften zu fördern. Aus dem Wahlergebnis vom 25. Mai haben sich für den Gemeinderat Barleben folgende Fraktionen gebildet. Stärkste Fraktion ist die CDU mit sechs Mitgliedern unter dem Vorsitz von Manfred Behrens. Zweitstärkste Fraktion ist die der Freien Wähler, Piraten, mit fünf Stimmen unter dem Vorsitz von Dr. Edgar Appenroth. Gefolgt von den vier Mitgliedern der FDP, geführt von Wilfried Büchner. Aus dem Zusammenschluss von UWG und Linken entsteht die Fraktion LUB mit drei Stimmen. Sie wird von Jürgen Herrmann geführt. Die SPD hat nur zwei Stimmen und bildet eine Fraktion unter dem Vorsitz von Reinhard Lüder. Und der Bürgermeister ist auch stimmberechtigt. Aus diesen Mehrheitsverhältnissen ergibt sich dann auch die Wahl des neuen Gemeinderatsvorsitzenden. Auf Vorschlag seiner Fraktion wurde Ulrich Korn für die CDU einstimmig zum Ratsvorsitzenden gewählt. Er übernahm dann auch gleich die Leitung der Sitzung. Für die Einstimmigkeit bin ich überrascht. Ich bedanke mich aber recht herzlich für das Vertrauen. Ich kann dem von Herrn Keindorf, unserem Bürgermeister, eigentlich nichts zuführen. Wir stehen vor einer Konsolidierung. Es wird eine harte Zeit. Ich hoffe, dass wir fraktionsübergreifend die Sachaufgaben hier sachlich und fair lösen können. Ich wünsche uns allen ein glückliches Händchen. Das wurde hier schon mehrfach angesprochen. Und ich denke, wenn wir hier sachlich argumentieren, in der Sache fair sind, werden wir entsprechend gut die fünf Jahre über die Runde bringen. Bei der Abarbeitung der folgenden Tagesordnung wurde dann auch gleich allen Anwesenden, das neue Mehrheitsverhältnis im Rat nachdrücklich vor Augen geführt. Ein Vorschlag der Verwaltung, durch die Einsparung von Ausschüssen einen Beitrag in Höhe von 60.000 Euro zur Konsolidierung der Haushaltssituation zu leisten, wurde mit Mehrheit abgelehnt. Mit der Begründung, diese Ausschüsse würden einen Beitrag zu mehr Demokratie leisten, wollte diese Mehrheit nicht auf die dazugehörigen Sitzungsgelder verzichten. Herr Bürgermeister, ist es ein Zeichen der Konsolidierung, eine gute Idee ausgerechnet auf den Finanzausschuss zu verzichten? Das ist ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist doch die, dass die Verwaltung einem Vorschlag gemacht hat, die Aufgaben des Finanzausschusses mit den Aufgaben des Hauptausschusses zu kombinieren. DITO, die Aufgaben des Bauausschusses mit dem Sozialausschuss zu kombinieren. Das hätte einen guten Einspareffekt gebracht. Und vor allen Dingen hätten wir der Kommunalaufsicht gezeigt, dass genau wie der Landkreis in der Konsolidierungsphase den Finanzausschuss und den Kreisausschuss zusammengepackt hat und den Umweltausschuss und den Wirtschaftsausschuss zusammengepackt hat, dass wir diesen Schritt nachvollziehen, da wir jetzt ja auch in einer derartigen Phase sind, dass wir uns konsolidieren müssen. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden, etwas pauschal gesagt durch die neue Hauptsatzung, die aber erst noch durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden muss, die Befugnisse des Bürgermeisters halbiert. Dabei, so die Begründung im Antrag der Freien Wähler, richte man sich nach dem Vorbild der Gemeinde Hohe Börde. Problematisch könnte dabei in Zukunft die Entscheidung sein, dass Personalentscheidungen ab einem Jahresgehalt von 30.000 Euro brutto durch den Gemeinderat getroffen werden. Wer möchte schon seinen Arbeitsvertrag von den Unwägbarkeiten eines basisdemokratischen Gremiums abhängig machen? Ein Thema, das allen auf den Nägeln brennt, ist der geplante Kita-Neubau in Ebendorf. Wenn, so die Kommunalaufsicht, die Gemeinde 3,5 Millionen Euro ohne Kreditaufnahme aufbringen kann, könnte das Vorhaben genehmigt werden. Dazu müssen alle Ausgaben der Gemeinde gegen Null gefahren werden. Dieser Plan fand Zustimmung im Rat. Fakt ist, dass sich der Gemeinderat durch die neue Hauptsatzung ein gerüttelt Maß Mehrarbeit aufgeladen hat, das jetzt durch die Verwaltung vorbereitet und abgearbeitet werden muss. Wer diese Mehrbelastung letztendlich finanziert, wurde in diesem Zusammenhang nicht beantwortet. Untertitelung im Auftrag des ZDF,